Sie sind hier, 17. Juli 2018, 14.13 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Davy Selke hat sich bei einem Zusammenstoß mit Salomon Kalou verletzt, Urheberrecht getty Images Shop bei Hertha BSC, die Befürchtung hat sich bewahrheitet, Angreifer Davy Selke wird am Brustkorb operiert und fällt für unbestimmte Zeit aus. Shop bei Hertha BSC, die Befürchtung hat sich bewahrheitet, Angreifer Davy Selke fällt lange Zeit aus und ist nach seinem Pneumotorax, zu Deutsch, Lungenkollaps, am Dienstagmorgen erfolgreich am Brustkorb operiert worden, nach Rücksprache mit den Spezialisten ist die Operation wie geplant gut verlaufen. Allgenaue Ausfallzeit ist derzeit nicht prognostizierbar, da sie von der individuellen Heilungszeit abhängig ist, sagte Mannschaftsarzt Hai und Park. Selke Nach Zusammenstoß mit Kalou verletzt der 23 Jahre alte Selke war am Samstag im Training mit seinem Teamkollegen Salomon Kalou zusammengestoßen und hatte sich eine Verletzung am Brustkorb zugezogen, die sich als Pneumotorax herausstellte. Dabei sammelt sich Luft im Brustkorb an, was zu einem Zusammenfallen eines Lungenflügels und unzureichender Atemfunktion führt. Selke wurde anschließend im brandenburgischen Neuruppin, wo Hertha BSC sein Trainingslager abhält, behandelt und am Montagabend nach Berlin verlegt. Das erste Pflichtspiel steht für die Berliner am 20. August an, in der ersten Runde des DFB-Pokals gastiert die Hertha beim Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig. In die Bundesliga-Saison startet der Klub am 25. August gegen Aufsteiger 1. FC Nürnberg. Den Saisonstart wird Selke nach Einschätzung von Experten definitiv verpassen.